Heute habe ich mal etwas anderes im Vergleich zu den bisherigen Videos. Stellt euch einfach mal folgende Situation vor. Ihr kommt nichtsahnend abends nach Hause und schaut in euren Briefkasten. Neben viel unnütziger Werbung ist dann aber auch ein Brief der Polizei dabei. Ihr seid natürlich neugierig und öffnet den Brief. Und was seht ihr da? Eine Vorladung für euch. Na ja, das hatten wir ja schon öfter mal, dass euch Vorladungen erreichen. Aber diesmal ist eine klitzekleine Kleinigkeit anders. Und was genau? Die Polizei lädt euch nämlich nicht als Beschuldigten, sondern als Zeugen vor. Was jetzt? Müsst ihr da hingehen? Solltet ihr euren Anwalt fragen? Fragen über Fragen. Dem gehen wir jetzt mal etwas auf den Grund. Was ein Zeuge ist, dürfte klar sein. Eine Person, die eine Straftat beobachtet hat und ihre Wahrnehmungen berichten soll. Die erste Frage lautet, müsst ihr da überhaupt hingehen? Antwort, normalerweise nein. Man ist grundsätzlich nicht verpflichtet, als Zeuge bei der Polizei zu erscheinen. Es gibt aber Risiken und Ausnahmen. Ein Risiko ist, und das kommt schon mal häufiger vor, die Polizei sucht einen auf. Zu Hause mag das jetzt kein Problem sein, aber wenn sie bei euch auf der Arbeit erscheint, könntet ihr Schwierigkeiten haben, das den Kollegen und vor allem dem Chef zu erklären. Eine weitere Ausnahme gibt es erst seit wenigen Jahren. Die Staatsanwaltschaft kann anordnen, dass ihr bei der Polizei erscheinen müsst. Da steht dann immer so schön in der Vorladung drin. Der Vorladung liegt ein Auftrag der Staatsanwaltschaft zugrunde. Dann müsst ihr normalerweise erscheinen, aber Vorsicht! Wenn ihr ein solches Schreiben bekommt, ruft erstmal euren Anwalt an, damit er euch beraten kann. Manchmal gibt es tatsächlich keinen Auftrag, aber man will euch zu dem Termin locken. Der Anwalt kann das dann vielleicht klären. Angenommen, ihr müsst aber erscheinen. Müsst ihr bei der Polizei dann überhaupt auch aussagen? Normalerweise ja. Es gibt aber zwei Gründe, nicht aussagen zu müssen. Erstens, der Beschuldigte ist zum Beispiel euer Bruder. Dann habt ihr ein Zeugnisverweigerungsrecht. Und zweitens, ihr könnt euch möglicherweise selbst belasten. Das ist immer sehr heikel. Es kann ja sein, dass ihr in Wahrheit nicht nur Zeuge wart, sondern auch Beschuldigter sein könntet. Dann müsst ihr euch nicht selbst belasten und könnt die Aussage insoweit verweigern. Oftmals ist das mit der Zeugenrolle auch eine Art Fake. Man tut schon mal gerne so, als wollte man euch als Zeugen vernehmen. In Wahrheit hat man euch aber schon als Täter auf dem Schirm und hofft darauf, dass er euch um Kopf und Kragen redet, wenn ihr dort erscheint. Der einfachste Weg ist für euch also immer der Weg zu eurem Anwalt, wenn ihr vorgeladen werdet. Er kann vielleicht verhindern, dass ihr überhaupt dort hin müsst, aber nur er kann das richtig beurteilen. Deswegen immer vorher mit einem Anwalt reden, bevor ihr unüberlegt hingeht. Als letztes aber noch eine spannende Frage zu diesem Thema. Angenommen, ihr müsst tatsächlich hin und könnt auch nicht die Aussage verweigern. Dürft ihr dann bei der Polizei lügen? Also gut, lügen darf man immer, aber manchmal kann es üble Konsequenzen für einen haben, die ihr dann tragen müsstet. Eine Falschaussage wäre es aber nicht. Das geht normalerweise nur bei Gericht, nicht aber bei der Polizei. Wenn ihr mit der Aussage aber zum Beispiel euren besten Kumpel zu Unrecht entlastet, kann es Strafvereidlung sein. Und ihr müsst wissen, dass eure Aussage aufgeschrieben wird. Staatsanwalt und Richter können sie also später lesen. Und falls ihr dann irgendwann vor Gericht als Zeuge sitzt, wird man euch natürlich auf eurer damaligen Aussage festnageln. Das kann dann schon mal übel für euch ausgehen. Also niemals unüberlegt einfach bei dem Termin erscheinen, sondern am besten zuerst den Anwalt eures Vertrauens fragen. Für heute war es das dann. Bis zum nächsten Video und bleibt stabil.